So, wir treten jetzt gleich auf. Das Wetter spielt total mit. Das ist auch das Wetter. Es hagelt! Ja, die Hagelkörner sind aber schon etwas kleiner geworden. Es sieht gleich sehr gut aus. Hinter uns ist die Hagelfee. Und ihr seht es selbst. Also wirken. Oh, wirken. Oh, wirken! Oh, wirken. Oh, wirken! Oh, wirken! Oh, wirken! Oh, wirken! Echt, du bist schön. Ich habe einen besten Prozesse zu machen. Oh, das war die Riesse. Up, big gear, put your hands up. 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 So Leute, kurz vorm Aufstieg hier. Wir wollen die Koierspiegel sehen. I got your hands up. stream Hallo liebe Vorsitzende! Hallo Hamburg! Also Leute, was soll ich sagen? Wir waren letzte Woche Donnerstag in Klagenfurt und wir haben das in einiges gesehen da. Leider hat unsere Mannschaft dort verlor, aber die Stimmung da ist lange nicht so gut wie hier in Hamburg! Dankeschön, Dankeschön!